So, wir sind in einer Angriffsstellung hier in der Festung. Wir brauchen theoretisch gesehen noch zwei Käpfchen. Und hier waren irgendwo eben noch, genau da ist einer zumindest von denen. Oh, nein, schade. Hätte ja klappen können. Komm, du kleiner Widerry. Äh, Widerskelett. Oh, der ist tot. Hatte schon einen Schaden gehabt von irgendwann mal. Also hier müssen wir jetzt auf jeden Fall ein paar Stücke suchen. Und das dauert halt auf jeden Fall einen Ticken. Bisschen Zeit. Und, äh, ja, ich würde sagen, ich würde zertalieren uns ab. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Das war's für heute. 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 Ich weiß jetzt nicht genau, wie das hier mit DNA... Perfekt. Ah ne, jetzt ist der natürlich vor der Brücke weiter hinten. Naja, müssen wir mal gucken, wie es jetzt wird. Also, es wird jetzt auf jeden Fall laut. Viel Spaß beim Kampf. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, so klug war das nicht, den jetzt da zu spawnen. Ähm, wir hätten sich die Plattform drunter machen müssen. Alter, da hat er jetzt alles gut. Und dann geht's. 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 Oh, oh, oh. Und dann geht's. 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 warum muss man sich eigentlich so schwer machen wo ist er überhaupt Ojojojojoj Ojojojojojoj O perle 5 ist irgendwie noch gegen den Wither, der ist irgendwie ziemlich OP geworden. Der war mal einfacher zu plätten. Der war mal einfacher. 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 Der war einfacher. Der war mal 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 einfacher. Der war einfacher. und werden den dann ich würde sagen, büsch, döde und tschau